Hund sucht Hütte braucht deine Unterstützung. Wir haben eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um den Straßenhunden in Kroatien Hütten für den Winter zu bauen. Bevor die kalten Wintermonate beginnen, ereilte uns ein Hilferuf von unserer kroatischen Sheltermama Tanja. Unsere Hunde stehen am kalten, matschigen Boden und die Wände sind undicht. Das Geld ist knapp und reicht nicht aus, damit die liebevoll bei Hand gebaute Hütte winterfest gemacht werden kann. Es fehlt an Isoliermaterial, Beton und vielen anderen Materialien für den Bau einer winterfesten Unterkunft für unsere Fellnasen, die noch kein Zuhause gefunden haben. Besuchen Sie unsere GoFundMe-Seite und klicken Sie auf den Spenden-Button. Mit Ihrer Hilfe können wir zusammen Hütten für unsere Fellnasen in Kroatien bauen. Wir würden uns über jede Spende, auch wenn Sie noch so kleines Zehr freuen. Ein riesiges Danke von Herzen, dass ihr unseren Hunden ein warmes Körbchen zur Weihnachtszeit ermöglicht.